Die Pfadfinderbewegung wurde ursprünglich von Lord Baden-Powell gegründet, der dringend eine Entschuldigung dafür brauchte, warum er so gern sein Zelt mit kleinen Jungen in Uniform teilte. Dieser troppmunterer Pfadfinder begrüßt heute Bing Gordon aus Chonaut im Ruhestand. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein riesiger Schritt für Bing Gordon! Juhu, ich bin auf dem Mond! Ich bin wirklich auf dem verdammten Mond! Oh, das ging's doch nicht, jetzt springt er ihn auch noch an! Eines Tages könnt ihr euren Enkelkindern erzählen, ihr habt Bing Gordon, den achten Mann auf dem Mond, gekannt. Danke Bing, das machen wir ganz sicher. Okay, hat noch jemand eine Frage? Bitte die Hand heben. Ja, Nathan. Wie viele Menschen waren auf dem Mond? Neun Männer waren auf dem Mond. Keine Frauen. Ich war der achte. Okay. Und ich bin außerdem der einzige Mann mit Schnurrbart, der auf dem Mond war. Also war ich der erste Mann auf dem Mond, der einen Schnurrbart hatte. Ja, Bradley. Haben Sie schon mal Neil Armstrong getroffen? Ja, ich kenne Neil, aber er ist so ein Angeber. Ich war der erste Mann auf dem Mond. Vergiss es, wer will das wissen? Ja, du, der komische kleine Bengel da. Wie ist Buzz Aldrin denn so im echten Leben? Verbittert. Wirklich? Ja, ich habe bei der NASA mit Neil und Buzz trainiert, wurde aber für die erste Mondmission übergangen, doch da bin ich drüber weg. Vielleicht wäre ich der erste Mann auf dem Mond gewesen, wenn ich dem Chef der NASA einen geblasen hätte. Oh, äh, das ist vielleicht nicht das richtige Thema hier. Aber es stimmt. Ähm, kennt einer von euch den Namen des dritten Mannes bei Apollo 11? Ja, ich, Michael Collins. Äh, was macht er denn heute so? Wen interessiert das? Er hat nicht mal das blöde Raumschiff verlassen. Er hat da drin gehockt und sich am Arsch gekratzt. Ich meine, ich bin richtig rausgegangen und da rumgewandert, okay? Also, soweit ich weiß, und ihr könnt mich gern korrigieren, bin ich der Einzige hier, der das gemacht hat. Bist du auf dem Mond rumspaziert? Nein. Bist du auf dem Mond rumspaziert? Nein. Bist du... ...auf dem Mond rumgeheult? Nein. Hand hoch von jedem, der schon mal auf dem Mond war. Ja, bloß ich. Äh, George, du hast eine Frage. Waren wir auch schon auf anderen Planeten? Äh. Erstens, der Mond ist kein Planet. Deswegen heißt er auch Mond. Er ist ein Mond. Der Mond. Zweitens, noch niemand war hier auf einem anderen Planeten, womit ich ja wohl nicht der Erste bin, der das noch nie getan hat, okay? Drittens, ich war auf dem Mond, okay? Ich war dort. Weiß selbst nicht, warum. Er stinkt langweilig. Es gibt kein Fernsehen, keine Läden, keine Restaurants. Man kriegt nicht mal eine anständige Tasse Kaffee. Es ist scheiße da, aber ich bin da rauf. Auf den Mond. Vielen, vielen Dank, Bing Gordon. Mond. Also, bevor Sie gehen, äh, möchten wir Ihnen noch ein kleines Geschenk überreichen. Äh, äh, George. In Anerkennung Ihrer besonderen Leistung in der Weltraumforschung hat der Webster Growth Trupp 350 die große Ehre, Ihnen das Pfadfinder-Forscher-Abzeichen zu überreichen. Wow, was für eine große Ehre. Sie sind ein Arschloch. Ja, was für ein Arschloch.